Guten Tag, mein Name ist Priscila Barz-Simeon. Mein Name ist Gris Cavasoni. Bitte gebt uns kurz eure Aufmerksamkeit. Wir möchten in unserem Heimatland Brasilien bedürftigen Familien helfen, die durch die tragische Pandemie in Existenznot gekommen sind. Mit unserem neuen Musikradio möchten wir uns Spenden aufrufen. Ihr findet alle Infos zu dem gemein und nützigen Projekt Alimentation im Internet. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr es bereich habt. Vielen Dank.